Ich gratuliere zum 15-jährigen Jubiläum als Landtag des Landkreises Karlsruhe. Ich denke, wir haben ja ein sehr innovatives Unternehmen, ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit und Inklusion gemeinsam verbindet. Nachhaltigkeit, weil man eben mit Ressourcenschulen umgeht, weil Altgeräte sorgsam wiederverwertet und recycelt werden. Und Inklusion, weil eben sehr viele Menschen mit Handicap hier einen Arbeitsplatz finden. Das begrüßen wir auch als Landkreis Karlsruhe sehr, weil wir ja auch für die Menschen mit Behinderung zuständig sind und gemeinsam Verantwortung tragen.